oder bin ich wieder zurück aus der kleinen pause und es geht hier weiter mit dem farming simulator 22 und unserer schnuckling farm am hafen in der nordfriesischen marsch und neuen traktor in der der passt unheimlich gut zu der see talk weil die frage noch gleich sagen wir mal passt der schrank immer ein auto was haben sie denn für ein auto rotes der pasta nicht ja so ähnlich ist das auch hier schöner großer traktor vor der see talk ob das nötig ist weiß man nicht hier sollte ich vielleicht mal ein bisschen was abfahren das wäre eine sehr gute idee machen wir mal ein abfahrkurs fertig hier haben entladen bin ich schon mal super und da darfst du aufnehmen kuh stahl so und das darfst du bringen zur multi produktions fabrik erstmal und los ja für alle dazugekommen sind hier natürlich erstmal wieder ein recht herzliches hallo und für alle die gewartet haben wie immer danke für eure geduld habe ich fast vergessen ok der schleicht sich so durch ist der ist gefährlich hier das feld muss doch bestimmt auch noch gewirr als werden ab zur walze ab zur walze ab vor ab 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 so dann wollen wir mal mal zu groß 77 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich hatte, glaube ich, mir einen weiteren Anhänger dazu gepackt. Hm, der ist es nicht? Hm. Blümterbeine? Nö. Nein, definitiv nicht. Hmm... Ah, hat ihn unter die Versus geparkt. Da ist er. Hmm... 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 So, dann der andere inzwischen. Ja, das passt. Ja, das passt. Ja, das muss ich auch noch walzen. Da könnte ich gleich auch noch eine Walze draufpacken. Muss ich sogar. Oh, war knapp. 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 Oh. Fast, aber auch nur fast. Das muss, das oder der das? Oh, ich hab den falsch schon verkauft, na gut, dann kann ich den auch noch verkaufen. Da waren bestimmt noch drei Liter Milch drin in dem einen. Blöd. Ich bin jetzt echt davon überzeugt, dass ich den Wasser früher gekauft habe und dass der weniger wert sein müsste. So, wie sieht's denn hier am Kühlstall aus? Kommt da jetzt was rein oder nicht? Das sieht noch nicht danach aus. Jetzt, jetzt, jetzt. 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 Der muss hier weg, sonst ist der gleiche Weg. Der muss hier weg, sonst ist der gleiche Weg. Der muss hier weg, sonst ist der gleiche Weg. Ja, während der zusammenklappt und aufklappt, ist das ein echt schwerfälliges Tier, aber wenn er dann erstmal auf ist und eine Arbeit, dann geht es alles sehr, sehr, sehr zügig. Okay. 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 Also machen wir den sauber. dann muss ich zusehen dass ich mal ganz schickste walze auf das kleine feld hier kriege aber ganz fix wenn das große dann soweit ist oben da muss ich die walze da einfach fast dann lass uns mal gucken ob es hier was gibt die passend aus nämlich und los so der weiß fleißig da fällt mir was ein das war 77 genau urspeichern so ja so dann habe ich den kurs nämlich auch gesaved der ist hier soweit fertig das heißt der kann die nächste abladeaktion machen an der dga ab geht die post ist Untertitelung des ZDF, 2020 So, läuft. Dann darf ich hier mal. Ach, Quatsch. War doch nur was anderes. Ja, da war auch noch. Hey, den Tierchen schauen. Könnten wir zwischendurch vielleicht mal speichern, wenn ich dabei bin. So, dann gucken wir mal. Also, Wasser ist voll. Sehr gut. Ja, wir brauchen aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen kein Wasser. Ja, wir brauchen das. So, der Schweinestall hat's, der ist voll. So, dann fehlt uns noch, Hühner brauchen kein Wasser aus irgendeinem Grund. Afe brauchen Wasser und die anderen Schweine brauchen. Okay. So, Wasser. Was aber scharfe. Ist voll. 50.000 passen da noch rein. Okay. So, dann noch eben fix rüber zu den. In. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich krall mir mal den anderen. Oh, das muss ich auch noch walzen. Das wäre jetzt voll die Erntevernichtung. Immer drüberziehen. Wow, 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 alter Schwede. Das war ein sehr schöner Drift. Wenn auch ungewohnt. Jetzt gelandet. Jetzt gelandet. Ah, okay. Bin ich da vorbeigefahren? Oder? Ganzhaft? Na, vorbeigefahren. Da bin ich dran vorbeigefahren. Ich bin hier runtergekommen. Dann bin ich rechts abgebogen, statt hier links zu fahren. Äh, 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 witzig. Sehr, sehr, sehr witzig. So, das ist jetzt mein Milchcontainer hier. Meine schöne Milchkanne. Ja. 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 Ich bin drehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt ist sie. So, dann laden wir hier mal Milch am Kuhstall. Nee, Milch am Kuhstall. Das darfst du bringen zur... Molkerei. Arbeit beendet. Ah, wo, wer, was, warum? Er nicht. Auch nicht. Er nicht. Dann. Ja, ach so, cool. Versuche ich gerade. Ah, jetzt. Okay. 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 Vielen Dank. Ja, es läuft. Das fällt gleich auch durch. Ja, es läuft. 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 Ja, hier muss ich jetzt ein bisschen beibleiben. Das geht nicht anders. Ja, es ist ja fertig fahren. So. Ja, es läuft. 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 Vielen Dank. Ja, fahr weiter. Ich bin froh, dass das Ding wenigstens 15 fährt und nicht nur 10. Ich bin froh, dass das Ding wenigstens 15 fährt. Das Ding wenigstens 15 fährt. Das Ding wenigstens 15 fährt. Das Ding wenigstens 16 fährt. Vielen Dank. 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 So, haben wir... So, was ist denn hier los? Bei den Schweinchen sieht es? Bei den Schweinchen sieht es gut aus? Bei den Hühnern sieht es fast gut aus. Da brauche ich Körnchen. Hier sieht es auch gut aus. Ja, das muss noch reduziert. Ja, das muss noch gut aus. Ja, das sind 5. 4,5. 4,5. 4,5. 4,5. Arbeit beendet, das ist, das ist jetzt bestimmt eine Walz, das ist jetzt bestimmt ist, das 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 ist das, das ist, das ist das ist. Vielen Dank. Und der Rest Hafer. Einmal wenden, einmal warten. Ach ja je. Und der Rest Hafer. 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 Und der Rest Hafer.